Musik Alkohol im Blut führt dem Straßenverkehr zur Enthemmung des Autofahrers. Ob der Alkoholisierte nun betont langsam oder besonders flott und risikoreich wird, die Unfallgefahr nimmt mit steigender Blutalkoholkonzentration immer mehr zu. Hey Leute, wir starten einen Livestream, den es so noch nicht gegeben hat. Wir wollen den ganzen Mysterien auf den Grund gehen, die es rund um Alkohol am Steuer gibt. Für VR und im Sinne der Wissenschaft sehen wir der Gefahr ins Auge. Die Regeln sind einfach. Es wird getrunken, gefahren, getrunken, gefahren. Zwischenzeitlich gibt es auch immer wieder Alkoholtests, um zu kontrollieren, wie es um die Fahrtüchtigkeit der Fahrer bestellt ist. Und hier das Project Drunk 2 Team. Unser Moderator des Abends, Citronarzt. Auf seinem Kanal wird der Livestream auch stattfinden. Der Livestream startet am Freitag, den 5.04.2019 um 20.30 Uhr auf dem Kanal von Citronarzt. Wir freuen uns auf einen schönen gemeinsamen Abend mit euch zusammen und hoffen, den Abend gut zu überstehen. Also bis Freitag!